und jetzt werden wir kurz ein anderes video von mir sehen und zwar habe ich gerade ein bisschen auf gomwhd.net ganggame mit badline hg gezeugt und ja ihr waren irgendwie zwei minuten drauf und ich war level 24 und ich habe gemerkt es könnte vielleicht nur lustige szenen geben und ja im Sinne ist es auch so geworden und ich werde euch jetzt mal die besten szenen zusammengeschnitten zeigen viel spaß glaubst du mir das ich gerade mache keine ahnung man juckt mich nicht ja wirklich wir sind jetzt hier circa fünf minuten lang auf dem server und ich bin level 20 also 23 ist schon echt arm dass mich hier keiner gemacht kriegt oh man ich esse gerade das ist unfair wieso gehst du auf mich wenn ich esse oh mein gott hallo 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 bist du auch so gelangenweilt genervt und gestresst von der enge der stadt hallo hallo bist du auch so gelangenweilt genervt und gestresst von der enge der stadt ein kleiner wix er kann deutsch auch gut ja was ich bin gerade level 32 warte ich habe gerade meinen spaß komm mal näher nach hier nein nein beide haben ein herz wie geil was du bekommst kein knock weg halt dein maul mann sowas auf fall ist fernst ne ich war auf fünf jahren aber ok na gerne außer du aber du bist natürlich kein hürde für mich das war knapp der konnte wenigstens so von hier ich hab's schon mal relevante »Bagliner'' »guiquis« Hier ist Ping, Alter. Ich nehm grad alles auf, ich will in diesem Video noch Top 100, äh, Level 100 werden. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mein Arschloch. Look at his asshole. Junge. Nein. Nein. Immerhin du hast noch einen anderen geboostet mit deinem Tod. Nein, nein. Oh, da kam ja der nächste. Man, deinen Skin sieht man so schlecht auf dieser bewegenden Sand. Ne, 200 Grad, wenn du genau guckst auf die Aufnahme gleich. Ist auf sie was auf, ist der Spaß. Natürlich, ne, wie das auch. Du hast halt wirklich Level 100. Ne, ich bin Level 52. Dann komm ich wieder und töte dich fetten. Hey, oh mein Gott, ich mach mehrere Kills gleichzeitig. Das ist so episch. Die erschwert und die russifull in Schaden, Alter. Das ist so funny. Digga, oben, du springst so noch nicht drauf und bist one-hit. Der Pister da oben will einfach immer nur abstauben. Wenn du mich dann einmal in deinem Leben killst, ne, hast du wieder Spaß. Zweimal, zweimal. Ich bin eh noch Level 43. Jetzt schwitzt du. Boah, dieser New Kids fahrt mir alle Kills weg, der Huren. Ist gut, ist gut. Irgendwann tötet er das. Ich bin so schnell. Hä, der Steve ist gar nicht so schnell. Oh, hei. Bereit, du bist geboren! Boah, ja, der Typ, der hackt wirklich. Ja, genau! Auf der Aufnahme sieht man einfach immer nichts, weil ich so hart gerade tryharde. Easy 10 hart, gell? Junge! Verlinkt mich in deinem Video, du kackass. Ja, natürlich. Du hast mich einfach weggepusht, sodass ich wär so tot gewesen wär. Was?! Ja, der Hacker! Junge, will er mich denn ficken, Alter? Du verletzt aber auch! Ich fahr... Lass jetzt erstmal wieder AFK-Herzen rengen. Wo ist ich mich doch... Scheiss, kann nacken. WTF? Badline hat was gegen Kanacken? Nein! Digga, ich wär so down gewesen, hätte der mich auf einmal gated, die sei random, aber er hat's nicht getan. Ungewöhnlich, töt dich wieder. Natürlich, du bist auch der Einzige, der irgendwie die Chance zu hätte. Ich glaub, der Hacker wurde gebannt. Ja, der Hacker ist nicht mehr auf dem Server. Ja! Ja! Doch! Och! Das upgradet sich schon gar nix mehr, das ist doch scheiße! Ciao! Genau! Gott, die kommt hier erst! Grad nicht so, ich bin grad am pushen. Ja! 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 Ja!